Die Hand hätte Warren sehr wahrscheinlich gewonnen, wenn er da noch gesetzt hätte auf dem River. Herr Mettesau und Antonis erzählen sich da ein paar Geschichten, aber Antonis sagt, ich muss innehalten. Das können wir uns ganz beruhigt anhören, denn wieder eine ungeraced Situation und wieder sind unsere Zielspieler mit dabei. Dorn und Ivy und dazu noch Gas helfen. Ivy hat den Top-Part, eins mit den mittleren und Dorn mit den unteren. Jetzt kommt die richtig gute Karte für Ivy. Die Hand hätte den Top-Part, eins mit den Mittleren und Dorn und Dorn. Die Hand hätte den Top-Part, eins mit den Mittleren und Dorn. Zähne.